Die Taschen-Dur. Tja, wenn's eng wird, dann kann man schon mal den lieben Gott ins Spiel bringen. Ich bringe ihn überhaupt ins Spiel. Alle diese Jahre, diese verdammten Jahre. Ja, bei der Mordkommission, darf ich das nicht mich fragen, ihn fragen? Was ist los mit uns, dass wir gnadenlos morden? Morgen, morgen, morgen und immer wieder morden. So nach dem Motto, wenn man gefällt Ihnen nicht, war's ja gar kein Problem. Wir bedienen, wir erledigen das für Sie. Das ist der Volk, das gefällt Ihnen nicht, das ist kein Problem. Wir erledigen das für Sie. Oh Gott, Entschuldige. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Diese Woche riecht mich auf, ich kann nicht so viel, sie riecht mir auf. Sie geht am Rande irgendeines Wahnsinns spazieren. Vielleicht so wie wir alle. Vielleicht, ja. Ich werde diese Frau jetzt nicht mehr in Ruhe lassen. Ich werde diese Frau jetzt nicht mehr in Ruhe lassen. Ich werde da sind zu stolz. Ich werde das zustore. Bis dann weiter. Deine Niin儿. Ich werde diese Frau jetzt nicht mehr in Ruhe lassen. Ich werde diesen Frau jetzt nicht mehr in Ruhe lassen.